Der Ring frei. So, erste Runde. Runde. Der Ring, der Ring frei. Rund der Tiede. Ist der erste Runde? Ja. Nichts! 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 Der Supervisor der IPTA, Herr Wolfgang Gier, den Gürtel vergeben. Ladies and Gentlemen, wir haben ein offizielles Urteil. Der Referee stoppte den Kampf nach einer Minute, 55 Sekunden in der ersten Runde. Grund dafür war ein Tap-Out, Grund dafür war ein Armbau. Und der Sieg geht an Ismael Cheninkaya!